es ist mal wieder zappen duster und es sind haufen motorräder unterwegs das ist meistens ein zeichen dafür dass die sonnenaufgangsfahrt von den rhönbikern ansteht ja und wenn euch das auch interessiert dann bleibt dran ja hallo zusammen und willkommen zu einer neuen folge und wie gesagt es ist mal wieder sonnenaufgangsfahrt angesagt heute werde ich mal ein bisschen faul unterwegs sein denke ich mal gar nicht groß was dazu erzählen wie immer weiß ich nicht wo es hin geht wo heute die stelle ist zum anhalten für sonnenaufgang gucken wo es dann hingeht zum frühstücken überraschungspaket wie immer ich jetzt dann glaube ich einfach ein bisschen einblenden und ja sammeln mal einfach so ein bisschen bilder ein lasst ihr auf euch wirken deswegen heute der verrufene titel ohne worte sozusagen bisschen clickbait machen hier so und damit halte ich jetzt auf den schnabel und gebe euch einfach nur die bilder und dann und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir keep on wishing, we keep on drinking We keep on wishing, we keep on drinking We keep on wishing, we keep on drinking We keep on wishing All those little moments The best you didn't catch Me looking over your shoulder Just at the right time Those little moments Oh, let me hear you Only guide you about All those little moments All those little moments So, ich kling mich mal wieder früher aus Heckenhöfchen war jetzt der Stopp fürs Frühstück Die anderen machen wie üblich dann gleich noch eine Tour auf dem Rückweg Aber für mich geht es jetzt schon nach Hause So, wie gehabt, schöne Sache Also, schöne Tour rausgesucht Diesmal waren wir ja da bei der Sennenhütte, heißt das glaube ich Oben Dreiländereck Der Stopp, um dann den Sonnenaufgang zu gucken Zugegebenermaßen waren uns die Wolken heute nicht ganz so gut gestimmt Haben sie ein bisschen Breit gemacht und wollten den Sonnenaufgang nicht so ganz zulassen Aber trotzdem wieder schöne Sache Auch dann die kleine Tour wieder zurück von der Sennenhütte Hier zum Heckenhöfchen, wo es jetzt ein Frühstück gab Herrliche Sache Ja, und das war es dann auch schon wieder gewesen für diese Woche Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht Und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen Übertreibt es nicht und genießt den Scheiß Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal Und Tschüss